Oh, man. Ja. Na? So, jetzt machen wir mal... Ähm, nee. Gar nix. Experienced way. Lange nicht geflogen. Äh, hey, ey, ähm, party. Apfel. Apfel hab ich. Ähm, ich mein, was willst du jetzt machen? Weil du nach Dosenobst fachst. Nach Dosenobst. Das Dosenobst. Nein, du einfach. Nein, dunkel. Ah, dann dunkelst du den Apfel rein. Dann dunkelst du was anderes rein. Das ist dunkel, dunkel Scheiss. Dunkel Wurst. Öh. Okay, ist auch noch von uns. Sehr schön. Waffensysteme werden verstärkt. Vordere beschuftige Position an. Feind entdeckt, Position wird übermittelt. Sehr glücklich. Waffenverstärker offline. Hi, Captain. Aktiviert. Waffen sind übertaktet. Feindliche Sprengköpfe haben unsere Position erfasst. Feindliches Schiff neutralisiert. Schild aktiviert. An alle Schiffe. Vollkontakt auf dieser Position. Wir haben nichts mehr übrig. Brauchen bei diesen Koordinaten Feuerunterstützung. Auf. Auf. Volle Energie auf die Manöverdüsen. Vordere Feuer auf diese Koordinaten an. Vordere Feuer auf diese Koordinaten an. Auf. 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 Vielen Dank. Feindliche Sprengköpfe haben unsere Position erfasst. An alle Schiffe. Feindkontakt bestätigt. MilNAIR- Challenger. Waffen wird verstärkt. NEIL. NICE. Feindliche Raketen im Anflug, Captain. Waffenverstärker erschöpft, Captain. Vordere Bischof diese Position an. Das war's. Gegenrisser Rumpf kollabiert. Das war's. Rumpf des feindlichen Zerstörers bricht auseinander. Ihr habt den Käpt'n gehört. Feindkontakt geortet. Benötigen Feuerunterstützung. Waffen werden verstärkt ein. System verbraucht, Käpt'n. Waffenverstärker aufgebraucht. Oh. Hast du doch was gefunden? Feindliches Schiff wurde angepeilt. Waffenverstärker aufgebraucht. Waffenverstärker aufgebraucht. Mit Apfel. Gut. Passt. Obendrauf vielleicht. Kleine Hirsche. Geil. Die Autos sind schon mal. In der Palle. Die Autos sind aktiviert. Die Autos sind aktiviert. Die Autos sind aktiviert. Die Autos sind aktiviert. Vordere Feuer auf diese Koordinaten an. Unsere Waffen haben das Ziel erpasst. Waffenverstärker aktiviert, Käpt'n. Volle Energie auf die Manöverdüsen. Waffenverstärker offline. Richtig. Waffenverstärker aktiviert, Käpt'n. Waffenverstärker aktiviert. Also es geht nur noch Explorer. Waffenverstärker aktiviert. Waffenverstärker aktiviert, Säbel,assie. Waffenverstärker flexibility. Waffenverstärker- und Rippe. Erbitte Feuerunterstützung. Waffen werden verstärkt. Aye. Aye, Captain. Wird aktiviert. Danke, Captain. Waffenverstärker ausgebraucht. Feindkontakt voraus. Wirkungstreffer. Ziel ausgeschaltet. Cooldown läuft. Feindkontakt voraus. Benötigen Feuerunterstützung. Volle Energie auf die Manöverdüsen. Feindlicher Schiff wurde angepeilt. Torpedo aufgeschaltet. Torpedo aufgeschaltet. Waffensysteme werden verstärkt. Hi, Captain. Wird gemacht. Danke, Captain. Waffenverstärker erschöpft, Captain. Volle Energie auf die Manöverdüsen. Captain, haben das Ziel erpasst. Hi, Captain. Aktiviert. Knot. 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 Volle Energie auf die Manöverdüsen. An alle Schiffe, Zeitkontakt bestätigt. Greifen alle. Gute Nacht. Zerstörer wurde gestrottet. Welche Rakete im Anflug, Käpt'n. Verfehle, aktiviert. Eine Korvette weniger. Aktivieren Primärwaffen, Käpt'n. Freund Kontakt geortet. System erschöpft, Käpt'n. Das nenne ich mal einen Sieg. Good job. I have it on tape. Good job, man. Yeah, I make a video. I have it on tape. Cool round. Nice round for me. What have I said? My basic way, my experienced way. My first chip. No kill. No go down for myself. Good work. Good work. You pulled it off. No go down for myself. Yo, was immer so gesagt. Ich würde schon ein bisschen, ne? Machen wir auch so, ne? No, yo. Wer war denn? War denn, ob das Gegner-Team kannte, oder? Kannte man da wen? Ach, Max. Oh, Peeping Max. Ach, sorry. Schade. Hm. Trako, Smug-Ridge-Guy und Legendary. Ihr hättet aber auch gewinnen können. Also Leute, eigentlich, spreist euch mal ein bisschen zusammen. Ihr habt genau das Problem, wo ich mich mal aufgerecht hab. Ich glaube nur Scheiße. Ich hoffe, das weiß jeder. Ich verstehe nix. Das ist doch besser. Ist doch besser so. Ist auch nicht mit. Ist auch besser. Ja, wahrscheinlich. It's probably better that you guys don't understand what you facken. Genau. Dann verstehen sie meine Entschuldigung. That's what you just said. Ist besser für alle. Ist das Beste. Wirklich. Aber, aber, Andi, jetzt, belass es dabei. Weird. Geil. Obwohl, naja, das andere war eigentlich. Ich muss hier jetzt nochmal reinziehen hier. Warten halt nochmal. Der Trick der war richtig cool. Richtig gut. Richtig gut war der. Ja, warte, Andi, der hat Musik im Kästen, Junge. Da kannst du nicht abgehen, Junge. Voll die Mocke hier, Junge. Wenn du den Tänzer hast, kannst du dich kaputt feiern, kannst du dich da, wenn du willst. Ja, wenn du, jo. Ich hab schon richtig, richtig tolle Abende gehabt mit dem, du. Ich müsste mich mal selber aufnehmen bei jedem Scheiß, Alter. Ja. Oh. Matchefound. Und. Ja.